So, dann mal wieder eine Folge hochladen. Äh, äh, ähm, ja, äh, ha, ähm, ja gut. Hab ich gesagt, ich hab meine Folgen geordnet, so dass ich wüsste, welche Folge ich heute hochladen muss? Das habe ich, äh, ähm, shit. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich meine Folge fucking nicht geordnet hab und das, ja, deswegen kommt jetzt heute einfach nur, ähm, eine normale Folge. Das ist nicht unbedingt die nächste Folge von der Folge, die als letztes kam, ja, also von, äh, ARC Multiplayer jetzt, weil ich wirklich keinen Überblick mehr hab. Aber, ihr seht's, ich, ich, ich müsste jetzt alle Videos nachgucken, das wird zwar gehen, aber, what the fuck, ich will's lieber ordentlich haben, so wie ich's früher gemacht hab. Deswegen, sorry, es kommt eine Folge, die muss nicht unbedingt im Zusammenhang stehen. Äh, hm, ich werd auf jeden Fall, äh, die Sachen, heute nehmen wir nochmal auf. Es ist der Grund, heute werd ich die Sachen auch ordnen direkt, wenn sie kommen. Ja, ja, Mensch. Aber, wenn wir schon dabei sind, können wir ein ganz kurzes Thema ansprechen. Ihr seht hier schon drei Sachen, die in meinem Aufnahmeordner sind, die ihr vielleicht nicht erwarten würdet. Und zwar haben wir hier Fallout 3. Ja, wir haben, das ist eine Minute lang, das wäre rein theoretisch der erste Part. Wir haben hier Fallout New Vegas, da wäre das hier der erste Part. Und wir haben Indiana Jones. Ja, ja, ein Indie-Spiel. Und, äh, ich überleg noch, ob ich ein weiteres Let's Play neben Ark anfangen soll. Zeittechnisch würde ich das hinbekommen, wenn ich Sachen besser ordnen würde. Nicht so wie jetzt, weil jetzt ist blöd. Ähm, könnt ihr einfach mal entscheiden, ob ich das besser ordnen soll oder auch nicht. Äh, nee, ordnen mache ich, ob ich ein neues Let's Play anfangen soll, neben Ark. Na, Ark möchte ich dann, Ark Singleplayer wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Einfach aus dem Grund, weil Ark Multiplayer, da sind wir schon viel weiter. Und Ark Multiplayer macht mir auch viel Spaß. Ich fährt vielleicht mal ein Singleplayer-Part im Multiplayer aufnehmen oder sowas. Ja, aber Ark Singleplayer wird erstmal nicht mehr kommen, weil ich keinen Sinn daran sehe. Zwei Projekte, wo wir eigentlich genau dasselbe machen, gleichzeitig laufen zu lassen. Ähm, dafür möchte ich aber auf jeden Fall Singleplayer, eigentlich, meine Stimme, mein Gott. Eigentlich möchte ich ein Singleplayer-Let's Play auf meinem Kanal machen. Und das entscheidet ihr ein bisschen und ich ein bisschen. Also, wenn ihr Bock habt, jetzt auf Fallout 3, auf Fallout New Vegas oder auf das Indiana Jones-Spiel. Ich weiß gar nicht, welches das ist. Ha! Indiana Jones und irgendwas. Ich weiß es halt wirklich nicht. Äh, sucht es euch aus. Ähm, sagt mir einfach mal eure Meinung zu Let's Plays und zu welchem Spiel wir Let's Playen sollen in die Kommentare. Ich werde eventuell in dieser Woche Splatoon bekommen, das heißt eventuell auch online ein bisschen. Aber ich möchte gerne ein Story-Driven-Spiel, ein Spiel mit euch erleben. Eventuell ein Blind-Let's Play oder ein Let's Play, das ich schon kennen würde, was bei Fallout 3 zum Beispiel stark der Fall sein würde. Weil Fallout 3 kenne ich halt auswendig und Fallout New Vegas kenne ich auch ziemlich gut. Ähm, ja. Schreibt mir einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das wäre ganz nice. Und wir sehen uns, äh, im nächsten Video, das heute hochgeladen wird. Dann auch bitte mit mehr Ordnung. Und diese Woche kommt noch ein, äh, Let's Make a Game of Unity. Ja, das kommt diese Woche auf jeden Fall auch noch. Da hab ich Lust drauf. Dann, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.